Hallo, ich bin der Manfred Papel, Band of Bavaria. Wir bringen jetzt eine neue Fancydee raus. Wir vier haben uns getroffen, wir vier haben uns gefunden. Und wir vier bleiben auch zusammen. Ich höre im Prinzip an Musik fast alles, bis auf die neue Deutsche Welle, die ich absolut nicht abkann. Ich bin RMR für Rockmusik. Meine Lieblingsgruppen sind Slate und Deep Purple gewesen. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit unserer Fancydee den großen Erfolg haben. Und dass ihr so auch alle leiden mögt. Ciao.